So, wir sind hier jetzt auf der B96 von Stralsund über Samtens Richtung Bergen auf Rügen. Hier rechts war gerade der Bad Onles zu sehen. Wir sind jetzt hier in Teschenhagen. Also wir fahren noch ein Stückchen. Groß und Ganzen, glaube ich, fünf Minuten ist das dann noch, bis wir dann beim Kunst- und Kulturfestival sind. Jetzt kommt gleich die erste Kreuzung. Da wird nirgendwo abgebogen. Man könnte zwar theoretisch schon da nach Bergen reinfahren. Wir wollen aber noch ein bisschen weiter. Wir wollen nämlich ins Industriegewerbegebiet Bergen rügen. So ist nun mal ein Schild. Ist eigentlich nicht so relevant. Wir wollen geradeaus heute. So, gleich schaltet ihr die Ampel auf Rot. Gut. Gut, das kann man ja überspringen. Erstmal das Schild B96. Ist eigentlich eine Straße von Stralsund hierher. Wir wollen keinen Platz auf. Ich muss nur noch schreiben, wo ihr seid. So, immer wieder zu slagen. Wir wollen einen Schlag. Wir wollen einen Schlag. So, jetzt bei schütteln. So, dann kommt das Schild. So, jetzt wird es noch einmal ein Schild. Jetzt kommt das Schild. So, vorhin sehen wir Esso. Vielleicht nochmal Kippen kaufen. So, vorhin sehen wir es. Vielen Dank. So, gleich haben wir es geschafft. So, bei der nächsten Kreuzung. So, müssen wir uns rechts halten, also rechts abbiegen. So, geradeaus würde es weiter nach Sassnitz gehen. Nach links würde es weiter nach Bings gehen. Wir wollen rechts, wir fahren einfach die erste Kreuzung jetzt nach rechts. Vor uns ist noch ein Lidl zu sehen. So, dann kommt da jetzt der Kreisverkehr. Hier, gehen wir einfach geradeaus. Wir müssen uns einfach geradeaus halten. Hier haben wir die Tententankstelle. Das ist unsere Einfahrt. Da kann man noch ein Schild sehen von mir. So, von uns. Wie von mir. So, hier sind die Parkplätze. Ja, so. Dann bis gleich. So, hier sind die Parkplätze. Bürger. So, hier sind die Parkplätze. Hier sind die Parkplätze. Jetzt die Parkplätze. Jahrhanze carre가지. So, hier sind die Parkplätze. So, geht es mit einem ja- historical abion hier shook. Untertitelung des ZDF, 2020